Guten Morgen liebe Zuschauer zum Trading-Tipp am Montag. Zahlensaison in Deutschland geht langsam zu Ende. Aus der zweiten und dritten Reihe sind noch welche dran. Letzte Woche war unser Basiswert des heutigen Tages an der Reihe Evotec. Evotec hat den Ausblick für das Jahr erhöht. Und was war die Reaktion? Sie sehen es, die Aktie ist von knapp 26 Euro auf unter 19 Euro gefallen. Manche wissen es, Evotec steht auch immer wieder gerne im Fokus von Short-Sellern und die haben das ganze Umfeld, das schwache Umfeld der letzten Woche genutzt, um die Aktie deutlich nach unten zu drücken. Es sind natürlich auch noch eine Reihe von Stop-Loss-Order ausgeübt worden. Sicherlich hier bei diesem Tief dann unterhalb der 200-Tage-Linie und durch Unterschreiten dieses Tiefs im Juni. Ja, und jetzt, wie gesagt, das war natürlich etwas zu viel des Guten in unseren Augen. Hier kann man durchaus mal auf eine technische Gegenbewegung spekulieren. Also, wie gesagt, fundamental nicht gerechtfertigt. Und wobei man natürlich auch sagen muss, hier greift man schon ins fallende Messer. Aber wie gesagt, unsere Experten sagen, Evotec ist auf diesem Niveau auf jeden Fall ein Kauf und langfristig wird man hier höhere Kurse sehen. Deswegen ein Faktor Long, MF1 GEH. 22,84 kostet der Schein aktuell bei einem Faktor von 3. Die 200-Tage-Linie sollte auf jeden Fall erreichbar sein. Ich denke mal eher so 21, 22 Euro auf Sicht der nächsten Wochen und Monate sollte das Mindestziel sein. Und dann dürfte auch der Schein eher wieder im Bereich von 30 Euro notieren. Stoppkurs knapp unterhalb von 20 Euro. 19,50 Euro hätte ich jetzt dazu geraten. Das war es von meiner Seite. Viel Erfolg beim Traden und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss.